Wir sind hier in Pforzheim in Süddeutschland bei der Firma Benzinger. Wir stellen Dreh- und Fräsmaschinen seit über 100 Jahren her. Wir sind ein klassischer Mittelständler mit 170 Mitarbeitern und wir sind in verschiedenen Branchen unterwegs. Wir bei Benzinger haben uns darauf spezialisiert Präzisionsmaschinen herzustellen. Um dem hohen Präzisionsanspruch gerecht zu werden, setzen wir auf eine sehr hohe Eigenfertigungstiefe. Das heißt, wir versuchen möglichst viele Bauteile bei uns im Haus selber zu fertigen, um die Qualität auch selbst beeinflussen zu können. Nicht nur die Präzision steht bei uns im Mittelpunkt, sondern auch später der Service. Das heißt, wir fertigen beispielsweise in unserem eigenen Spindelbau und verwenden diese natürlich in unseren Maschinen. Diese können wir mit Hilfe der IFM-Sensoren sehr gut im Feld überwachen. Das heißt, wir bekommen aus dem Feld Daten rückgeschmeist und können unsere Qualität der Spindeln wiederum verbessern. Für das optimale Energiemonitoring haben wir unter anderem Strömungssensoren, Druckluftzähler und Stromzähler eingebaut. Und für die In-Prozess-Überwachung haben wir die Schwingungssensoren sowohl an der Hauptspindel als auch an der Gegenspindel wie an der Frässpindel und eine Kühlmittel-Fünschstandsüberwachung. Wir haben in der Benzinger-Maschine hier verschiedene IO-Link-Sensoren, die schon verbaut waren, die über den Y-Weg angebunden werden an einen IO-Link-Master. Wir haben neue Sensoren eingebaut, wie zum Beispiel Druckluftsensor, der auch über den IO-Link-Master angebunden wird. Der IO-Link-Master kommuniziert mit dem Edge-Gateway und das Edge-Gateway sendet über den LTE-Bowl die Daten Richtung Myoneo Cloud. Der Kunde denkt immer im Prozess. Das heißt, er setzt auf eine sehr hohe Maschinenverfügbarkeit. Dies erreichen wir zum einen über unseren modularen, steifen, präzisen Aufbau, unsere Langlebigkeit der Maschine, aber wiederum auch durch den Einbau von diversen IFM-Sensoren. Beispielsweise kann der Kunde somit immer eins zu eins den Kühlmittelstand seiner Maschine sehen und wenn Handlungsbedarf besteht, sofort einschreiten. Unsere Philosophie war es schon immer, nah beim Kunden zu sein. Und deshalb macht es auch absolut Sinn, mit einem Sensorhersteller zusammenzuarbeiten, der diesen Satz in seinem Leitspruch verankert hat, close to you.